19.12.2019. Guckt euch das an. Fieses Brandgeruch und unser Schornstein raucht da vor sich hin. Ist schon ein bisschen erschreckend, oder nicht? Unglaublich. Wie gesagt, er muss nur Heißwasser machen fürs Hotel. Die Thalassus wird seit April umgebaut. Und trotzdem raucht der Scheiß da vor sich hin. Guckt euch das an. Ist doch nichts zu fassen. Oh!